Ja, ich habe im Vorfeld ja schon gesagt, dass Moskau eine gute Mannschaft hat, dass sie in der Defensive sehr, sehr stabil stehen, dass sie dem Gegner das ziemlich schwer machen, Tore zu erzielen und dann ist es auch so, dass sie einfach auch mit Ball gute Spiele haben, sehr ballsichere Spiele auch haben und sie haben uns ja schon das eine oder andere Mal in Schwierigkeiten gebracht. Es war einfach ein Arbeitssieg, den wir hatten heute oder eingefahren haben heute, aber ich denke am Ende verdient, aber es ist so, dass ich überzeugt bin, dass da auch andere Mannschaften in unserer Gruppe hier in Moskau auch einige Probleme haben und deswegen ist es einfach auch wichtig, dieses Spiel auch so zu gewinnen und wie gesagt Arbeitssieg abhaken und jetzt bereiten wir uns auf Köln vor.